Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von MyBlogsYouTube. Heute bin ich der Robin wieder dabei und heute aber Leute, bin ich aus keinem so einem erfreulichen Grundtier. Nämlich, ihr könnt sehen, Mad City Chapter 1 ist wieder geschlossen. Leider. Sehr viel leider. Und man kann es auch nicht mehr anklicken, es ist echt schade. Ich hoffe, aber es kommt bald wieder, was ich auch glaube. Vielleicht kommen hier einfach gerade nur solche Updates. Es gab ja auch mal ein Spiel, da habe ich gespielt, so nachgemacht, das Mad City. Auch. Das habe ich euch jetzt auch gerne mal gezeigt. Dieses, äh, wie heißt das jetzt irgendwie, ähm, es war irgendwo da hinten, ähm, ja, dieses Work-In. Und es wurde auch erst gesperrt. Aber, ja, genau. Es ist halt so. Und dann wurde es wieder irgendwie gemacht. Aber, genau. Es ist halt so was. Irgendwie. Ja. Auf jeden Fall. Chapter 1 ist jetzt geschlossen. Und ich hoffe, es kommt bald wieder. Okay, es war alles, was ich euch mitteilen wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Ciao.